100% Perfektion. Ich konnte nicht mit nichts höher leben. Er hat als Kind schon gewusst, was er wohnt. Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die ihm möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann hab ich sie mir wieder aus der Müll dann rausgeholt und hab sie bei mir draufgetan. Hab damit Rennen gewonnen. Ich hab einfach gespürt, dass der was Besonderes ist. Das ist halt, ja, das ist mein Papa, aber ich bin froh, dass es mein Papa ist. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, dass ich mir sage, ja, so will ich aufhören. Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach extrem stark. Zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist. Er wollte etwas machen, das von Frost nicht gemacht wurde, von Frost nicht gemacht wurde, von Senna 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 nicht gemacht wurde. Ich habe so stark impression, von wie hart Michael war zu arbeiten, und das hat sich verändert, das Team verändert. Und was Schumacher erreicht hat, ist absolutelig unglaublich. . Ihr seht gut? Es sieht gut? Es ist fantastisch Michael, Ihr seid well done!